Beckenbodentraining, das kann man wohl mit Fug und Recht behaupten, gilt als der heilige Gral, wenn man Erektionsprobleme hat oder zum Beispiel auch beim Sex, als man zu früh kommt. Und es gibt zahlreiche Studien und ganz, ganz viele Ratgeberartikel, die wirklich darauf hinweisen, ja, Beckenbodentraining hilft dabei, wenn man als Mann Erektionsprobleme hat, genau diese Erektionsprobleme zu überwinden und wieder eine standhafte Erektion beim Sex dauerhaft zu haben. Wie genau dieses Erektionstraining funktioniert, wie dieses Beckenbodentraining funktioniert und ja, wie gut es letztendlich auch tatsächlich erfahrungsgemäß funktioniert aus der Arbeit mit wirklich vielen tausend Männern über die letzten Jahre hinweg, das erfährst du heute in diesem Video. Lass uns in dem ersten Schritt anschauen, was Beckenbodentraining für dich tun kann, wenn du aktuell Erektionsprobleme hast. Die Beckenbodenmuskulatur umschließt ja einen Teil deines Penis in deinem Becken drin. Sprich, ein Drittel deines Penises ragt in dein Becken hinein und dieses eine Drittel wird von der Beckenbodenmuskulatur umschlossen. Das heißt, wenn du diese Muskulatur trainierst, was passiert, ist, dass du physiologisch, also rein körperlich dazu in der Lage bist, das Blut, das in den Penis reinfließt, besser im Penis drin zu lassen. Das heißt, wenn du als mental vollkommen gesunder Mann in die Sexualität reingehst und du hast einen trainierten Beckenboden, dann wird deine Erektion praller sein, dann wird deine Erektion auch härter sein. Und das ist tatsächlich ein ziemlich cooler Vorteil von Beckenbodentraining und auch ein Grund, warum ich es auf jeden Fall immer jedem mal empfehle, das Beckenbodentraining zu machen. Jetzt passiert aber dennoch was ganz Interessantes und zwar folgendes Phänomen. Es gibt wahnsinnig viele Männer, ganz, ganz viele Männer da draußen, das weiß ich aus Erfahrung, weil ich spreche mit diesen Männern, die sagen, hey, ich habe dieses Beckenbodentraining für mich ausprobiert und es hat mir mit meinen Erektionsproblemen nichts gebracht. Ich bin damit nicht weitergekommen. Und dann ist natürlich die große Frage, warum? Woran liegt das? Lass mich dazu an der Stelle mal die Metapher eines Autos hernehmen, okay? Okay, das Auto ist dein Fahrzeug im Straßenverkehr und dein Körper auf der anderen Seite ist dein Fahrzeug im Liebesleben, im Sexleben mit Frauen, mit Männern, mit deiner Partnerin, mit deinem Partner. Also insofern können wir die mal so als Metapher ganz gut miteinander vergleichen. Wenn eines Tages dein Auto aufhört zu fahren, der Motor geht aus, dann hast du ein Problem und du sagst, ich muss jetzt irgendwas tun, damit dieses Auto wieder fährt, dass dieser Motor wieder anspringt. Genau gleich ist es in der Sexualität auch, wenn eines Tages dein Fahrzeug nicht mehr mitspielt und deine Erektion schlaff wird, dann sagst du dir auch, hey, ich muss irgendwas tun, damit meine Erektion wieder mitspielt. Was du jetzt im Falle des Autos tun würdest, gewissermaßen, ist, du würdest dir den Motor anschauen und sagen, hey, gucken, was ist da eigentlich los? Du würdest vielleicht ein bisschen Öl nachgießen, du würdest dir den Motor einfach mal angucken. Nur, du würdest dabei eine ganz zentrale Sache übersehen und zwar folgende. Du kannst an diesem Motor noch so viel optimieren, Schrauben festziehen, Öl nachgießen, putzen, was auch immer. Wenn der Tank leer ist, wenn kein Benzin im Tank ist, wird dieser Motor nicht mehr anspringen. Und metaphorisch gesprochen ist es ziemlich genau das, was du mit Beckenbodentraining häufig bei Erektionsproblemen tust. Ist, du doktorst an irgendwelchen Schrauben rum, die nicht die eigentliche Ursache des Problems sind. Was du im Fall des Autos tun musst, ist, du musst Sprit nachgießen. Und was dir aktuell fehlt in deiner Sexualität mit den Erektionsproblemen, ist nicht, dass dein Motor, also dein Penis und dein Beckenboden nicht mehr gut funktioniert, sondern was dir fehlt, ist der Sprit. Was dir fehlt, ist das Benzin. So, was meine ich damit? Was meine ich mit Benzin? Was meine ich mit Sprit? Dein Antreiber, dein Treibstoff für eine erfüllende Sexualität mit einer steifen, harten Erektion ist deine mentale Entspannung, deine mentale Lust, deine Leidenschaft. Die meisten Männer mit Erektionsproblemen beschreiben, wenn sie in den Sex reingehen, dass sie nicht entspannt sind, dass sie angespannt sind, dass sie sich unter Druck setzen, dass sie Angst davor haben, dass die Erektion nicht mitspielen könnte, dass sie Angst davor haben, die Partnerin dadurch zu verlieren, dass sie Angst davor haben, nicht gut genug als Mann zu sein, sich unmännlich zu fühlen, von der Frau innerlich so im Ansehen zu sinken gewissermaßen. Das sind alles Ängste, die Männer haben, wenn sie in den Sex reingehen. Und was da auf der Strecke bleibt, ist die entspannte Lust, die Leidenschaft, die Geilheit. Einfach dein Treibstoff für deine Erektion und für erfüllten Sex. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann kannst du wirklich noch so sehr an diesem Motor rumbasteln und PC-Muskeltraining machen, würde nichts bringen. Der Motor ist in Ordnung, der funktioniert. Der hat ja auch wahrscheinlich in der Vergangenheit schon ein ums andere Mal gezeigt, dass der reibungslos funktionieren kann. Manche Männer zum Beispiel beschreiben, dass es dann doch auch immer mal wieder Situationen zufälligerweise gegeben hat, zum Beispiel im Urlaub, wo die Erektion dann plötzlich doch mitgespielt hat. Oder in Situationen, wo man gar nicht mit Sex gerechnet hat, plötzlich geht es so schnell, dass man gar keine Zeit dazu hatte, sich diesen Druck innerlich aufzubauen. Und dann hat es mit der Erektion doch funktioniert. Und das ist ein klarer Indikator dafür, dass du physiologisch kein Problem hast, dass mit deinem Beckenboden und deinem Penis an sich alles okay ist. Was du dir anschauen musst, ist, warum hast du kein Benzin mehr? Warum kommt bei dir beim Sex nicht mehr diese Leidenschaft auf? Warum ist stattdessen Leistungsdruck, Versagensangst, Unsicherheit, Nervosität ein präsentes Thema? Und dann geht es darum, genau diese Dinge aufzulösen. Das ist ein mentaler Prozess. Und dann kannst du natürlich dazu begleitend noch gerne PC-Muskeltraining machen. Du findest auch unten in der Videobeschreibung, verlinke ich dir ein Video, wo ich genau erkläre, wie das funktioniert. Aber du solltest dich auf keinen Fall darauf verlassen, weil die Erfahrung zeigt, und ich habe über die letzten sieben Jahre wirklich mit hunderten von Männern mit Erektionsproblemen gesprochen, die Erfahrung zeigt, dass dieses Beckenbodentraining für fast keinen Mann jemals die absolute Lösung ist. Ich sage immer, wenn du dein Urin zurückhalten kannst, wenn du Harrendrang zurückhalten kannst, ohne sofort Tröpfchen zu verlieren, dann ist dein Beckenboden stark genug für Sexualität. Und sei ehrlich mit dir selbst an dem Punkt. Stimmt es bei mir? Habe ich diese mentalen Issues, diese mentalen Anspannungen, diesen Leistungsdruck, diese Versagensangst? Und dann mach dir bewusst, das ist es, was weg muss. Dem muss es an den Kragen. Wir bei Love Better, wir sind genau dafür die absoluten Experten. Das ist, was wir tagtäglich mit Männern tun, diese Probleme aufzulösen. Und guck dich einfach mal auf dem Kanal um. Du findest wahnsinnig viele Videos dazu, wie du das angehen kannst. Und wenn du es super ernst meinst, kannst du dir auch direkt ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns buchen, wo wir uns deine Situation anschauen und dir erklären, wie du diese mentalen Probleme für dich auflösen kannst. Sodass du wieder in der Lage bist, entspannt, selbstbewusst, leidenschaftlich, lässig, authentisch in die Sexualität reinzugehen, Spaß zu haben. Und dann spielt natürlich völlig automatisch, ohne viel Probleme, deine Erektion ganz entspannt auch mit. Den Link zu diesem kostenlosen Beratungsgespräch findest du auch unten in der Videobeschreibung. Und dann lernen wir uns vielleicht bald kennen. Und wenn nicht, vielleicht sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.